Die Almen spielen eine vielfältige Rolle für den Tourismus, für die Wanderer, für die Einheimischen und für die Touristen. Die Almen sind ein Gebiet, das aus der österreichischen Landschaft nicht mehr wegzudenken ist. Das ist ein Gebiet, wo jung und alt am Wochenende oder in der Freizeit seine Bewegung findet. Das ist aber auch ganz wichtig für die Landwirtschaft, ganz wichtig für die Natur, ganz wichtig auch, dass keine Überwaldung stattfindet und somit sind die Almen fast ein Kulturgut Österreichs, das ganz, ganz wichtig und essentiell ist. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020